Wir sind auf der Leadcon 2023 und nehmen jetzt der Marco von D&B Audio Technik. Die neue A-Serie. Klingt sehr schön, du musst selber schon in der Hand haben. Was kann das System? Das System ist ein sogenanntes Augmented Area. Das heißt, wir können das sowohl horizontal als auch vertikal aufhängen. Hat eben den Vorteil für uns, dass wir eben in so einer vertikalen Anordnung, wir mit relativ wenig Lautsprechern einen großen Öffnungswinkel erschlagen können, so wie man das zum Beispiel auch für kleine Stadionanwendungen braucht, wo man eben sehr kurze Abstände zu Rängen hat, wir aber trotzdem sehr viel Coverage haben müssen. Sehr viel Abstrahlungswinkel. Wie viele Entstufenkanäle brauche ich für ein Cabinet? Für ein Cabinet brauchst du eben einen Entstufenkanal. Das ist schon geil. Passiv getrennt, finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Weitere Infos logischerweise auf dbaudio.com.